Ja, einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Vlog. Und zwar habe ich deswegen mich zu diesem Vlog ganz kurz entschieden, weil ich euch mal vorstellen wollte, warum ich mein Visela-Paket dieses Jahr wieder neu dazugenommen habe, um halt auch mehr Menschen zur digitalen Freiheit zu verhelfen. Und weil dieses neue Visela-Paket diesen Easy-Tec-Auto-Installer hat, der hat praktisch alles, was man sich so vorstellen kann. Ich kann da zig verschiedene Seiten für die Kunden anlegen und kann den Kunden auch noch das nötige Know-how zuweisen, was die Kunden brauchen. Ich habe dieses kleine Paket genommen, weil ich auch erst mal ganz klein anfangen will. Ja, und diese Easy-Tec-Bedien-Oberfläche ist halt auch ganz, ganz einfach. Und von daher habe ich mich halt für diese Sache entschieden. Und Hostnet ist verlässlich und hat ein super gutes Erreichbarkeits-Level. Und das ist für meine Kunden natürlich das, was das dann im Endeffekt ausmacht. Dass man verfügbar ist, dass man sogar in der T3N zum besten Provider gewählt wurde. Und ja, dass sie schon seit über 20 Jahren das halt vertreiben. Und das war mir halt wichtig. Ja, sieh! Bis zum nächsten Mal.